Ja, hi, mein Name ist Todd Schwarz. Ich bin der Trainer von Luke. Und ja, der perfekte Vater für mich, ich weiß nicht, ob ich der perfekte Vater bin, aber ich wäre tatsächlich ein sehr guter Vater für Luke. Wir kennen uns schon lange, wir verstehen uns super, wir haben uns immer gut verstanden. Ich komme gut mit den Jungs klar, war früher Profispieler. Das ist halt auch einfach meine Welt, Teams. Ich liebe einfach Teams, das Zusammenarbeiten in Teams, den Humor. Das ist einfach großartig. Und Luke passt da auch großartig rein. Er ist ein sehr guter Spieler, hat das Zeug zum Profi, integriert sich trotzdem super in die Mannschaft. Also er ist wirklich mit Abstand der Beste, aber hat einfach diese Fähigkeit. Das ist was, was ich auch immer hatte, sich trotzdem gut zu integrieren mit den Jungs, ein Bier trinken zu gehen, das ist er jetzt noch nicht. Irgendwann fühle ich ihn da auch ran ins Bier. Aber ja, er ist einfach ein sehr entspannter, cooler Junge. Ich mag das. Ich habe die Zeit, ich habe keine anderen Verpflichtungen. Ich kann mich um ihn kümmern. Wir haben viele gleiche Interessen. Wir mögen uns grundlegend erstmal. Also das ist das Wichtigste, würde ich sagen. Fünf Vater. Stimmen Sie ab für mich, entscheiden Sie nächsten Sonntag ein. Das ist kein Wichtigste.